Was kann man gegen Mobbing tun? Gewalt ist keine Lösung, weder Gesprochene noch Körperliche. Wenn du merkst, dass eine Person in deinem Umfeld gemobbt wird, solltest du mit ihr reden und gemut machen, dich einer Person anvertrauen, beispielsweise Sozialpädagogen, Eltern oder Lehrer, ein Gespräch mit den Tätern der Betroffenen und einem Erwachsenen organisieren und in Mobbing-Situationen einschreiten und der betroffenen Person beistehen. Auf jeden Fall musst du etwas tun, ansonsten duldest du das Mobbing. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!